Ein Mercedes-Benz B200 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem weißen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 13.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 156 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017